Dann gehen wir doch jetzt mal ins Hauptquartier von Donald Trump. Ist er denn schon gesichtet worden? Nein, bisher noch nicht. Also wir haben ja vermutet, dass er hier vorbeifahren könnte über diese Straße. Jetzt hört man ein bisschen Jubel. Der Verkehr fließt hier auch immer noch. Ich bin ja nicht in der Wahlparty und da kann ich auf Fernsehbildern sehen, weil wir jetzt selber nicht rein durften, dass da eben die Anhänger versammelt sind. Aber wie gesagt, ich kann nicht bestätigen, dass er schon da ist und ich weiß auch nicht, ob er schon auf dem Weg ist. Hier ist eben weiter warten. Jetzt sieht man hier hinter mir gerade einen Truck. Kamala Harris, die wird in Washington D.C. erwartet. Und jetzt ist eben die Frage, wann kommt sie und kommt sie überhaupt? Er ist immer noch nicht da, aber ich kann das nochmal zeigen. Also jetzt ist da drüben die Straße gesperrt worden. Deshalb vermuten wir jetzt, dass es tatsächlich möglicherweise jederzeit soweit sein könnte und er dann vielleicht aus dieser Seite angefahren kommt. Aber hier hinter mir stehen Autos, da waren eben noch viel mehr Autos und deshalb häufen sich jetzt die Zeichen, dass es möglicherweise soweit sein könnte. Ja, die Musik läuft wieder so wahnsinnig viel, wird nicht mehr getanzt und es gehen auch schon Leute. Also alle gehen davon aus, dass sie auf jeden Fall noch auftauchen wird. Wir haben ja viele seit Stunden ausgeharrt und ich glaube, das wäre nicht ihre Art, nicht zu kommen. Und sobald einer von beiden, Donald Trump oder Kamala Harris, auf die Bühne treten, werden wir natürlich live das Programm unterbrechen und genau dorthin schalten. Kamala Harris wird heute hier doch nicht mehr auftreten. Natürlich hat das Studio Washington alle Korrespondentinnen und Korrespondenten an die wichtigsten Orte hier im Land geschickt. Hier wird nicht gefeiert, sondern genau das Gegenteil. Hier ist die große Ernüchterung eingetreten. Ich würde fast sagen, die Demokraten hier haben fluchtartig den Raum verlassen. Also hier ist jetzt kein großer Jubel ausgebrochen, zumindest nicht hier draußen bei mir. Ich kann ja nicht in der Veranstaltung sein, in der Halle. Da hat man mir eben erzählt, dass die Stimmung gut ist. Aber das kann ich eben nur aus zweiter Hand berichten, weil ich ja selber nicht drin bin. Ja, hier bin ich in Detroit auf einem Techno-Rave. Der lehrt sich gerade. Hier wird es auf jeden Fall eine lange Nacht. Hier wird im Moment auf Hochtouren gezählt, überall in den Wahlbezirken, auch hier in der Bezirksregierung hinter mir. Ja, ich stehe ja mittlerweile relativ allein mit einer großen Anzahl an anderen Journalistinnen und Journalisten. Selbst die Musik ist jetzt ausgeschaltet worden. Wir können ja mal in die Halle schauen, wo das Rednerpult steht. Ich sehe ihn gerade nicht. J.D. Vance, ich höre jemanden sprechen. Wir werfen noch mal schnell einen Blick rein in Florida, in den Saal der Säle, könnte man sagen. Ich habe engen Kontakt mit einer Trump-Anhängerin, die zu dieser Party von ihm persönlich eingeladen wurde, die in der Halle ist, die mir geschrieben hat, it's a party from hell. Es ist eine absolute Megaparty. Sind die Fans euphorisch oder ist es noch ein Abwarten? Also es ist so ein bisschen beides. Wir wissen nicht, ob er hier ist. Also ich habe eben mit einem Polizisten gesprochen und der hat mir gesagt, so, Sie können jetzt gehen. Er ist nämlich schon drin. Hier sind noch andere Journalisten und die sind tatsächlich schon Leute, die anfangen, Gitter und andere Dinge abzubauen. Ich gucke gerade hinter dich, aber es sind nur Donald Trumps Kappen. Wir waren den ganzen Abend bei einer Wahlparty der Demokraten. Da haben sich die Reihen sehr, sehr schnell gelichtet. Jetzt sind wir weitergezogen und zwar zur Wahlparty der Republikaner. Aber auch diese Party ist schon vorbei. Wir können ja nochmal in den Raum reinschauen, wo Sie alle warten, dass er kommt. Gibt es denn überhaupt Demokraten, die bislang schon reagiert haben? Also auf jeden Fall ist hier keiner mehr. Die sind alle wahrscheinlich mittlerweile erstmal schlafen, so wie fast alle amerikanischen Journalisten auch schon abgebaut haben. Hier sind jetzt nur noch wir vom ausländischen Fernsehen. Ja, also hier ist eben ein Wolkenbruch runtergekommen, deshalb habe ich mich jetzt hier untergestellt. Und natürlich warten alle darauf, dass Donald Trump auf die Bühne tritt. Ich bin ja nicht im Saal, deshalb kann ich nicht sehen, was dort gerade jetzt live passiert. Donald Trump ist gerade in diesem Convention Center auf die Bühne gegangen. Tatsächlich hier am Weißen Haus haben sich alle, die sich hier versammelt hatten, im Laufe der Nacht relativ schnell verzogen. Also die Party ist langsam vorbei. Hier kommen ganz, ganz viele Menschen aus dem Hotel hinter mir herausgeströmt. Und ich stehe jetzt hier mit Fatima, die ein Trump-Fan ist, die aber nicht selber drin war. Na dann, gute Nacht, muss man fast sagen.